Was ist Marketing? Eine einfache Frage, oder? Naja, nicht ganz. In diesem Video erhaltet ihr eine kleine Einführung ins Marketing. Marketing ist ein großer Bereich und kann nicht in 5 Minuten erklärt werden. Die wichtigste Voraussetzung, die man braucht, ist zu wissen, dass Marketing nicht gleich Werbung ist. Werbung ist nämlich nur ein kleiner Teil des Marketings. Ganz allgemein gefasst ist Marketing die Gesamtheit aller notwendigen Tätigkeiten eines Unternehmens, um ein Produkt an den Kunden zu bringen. Es ist sozusagen das Bindeglied zwischen Unternehmen und Kunden. Oder noch einfacher, was muss ich tun und beachten, um ein Produkt zu verkaufen? Klingt einfacher, als es in der Realität ist. Es gibt zwei Arten von Marketing. Produktorientiertes und bedürfnisorientiertes bzw. kundenorientiertes Marketing. Beide Wege können zum Erfolg führen. Das bedürfnisorientierte Marketing ist aber durchaus sicherer. Es besteht bereits eine Nachfrage. Man orientiert sich an dem, was die Kunden wollen und nicht an dem, was die Firma möchte. Und durch Umfragen, Kaufverhalten und weitere Analysen findet man viel von den Kunden heraus und kann so das Risiko minimieren. Das produktorientierte Marketing ist etwas unsicher. Es gibt viele Firmen, die daran gescheitert sind, da sie erst nach der Veröffentlichung merkten, dass es niemand haben möchte. Sie waren zu stark auf das Produkt fokussiert. Es gibt aber auch erfolgreiche Beispiele. Steve Jobs hat mit seiner Vision die Welt verändert. Er hat das iPhone genauso gemacht, wie er es wollte. Er war ein Visionär. Deshalb ist es falsch zu sagen, produktorientiertes Marketing sei schlecht. Wir möchten an dieser Stelle Henry Ford, den Typen, der die Autos massentauglich machte, zitieren. If I had asked people what they wanted, they would have said foster horses. Oder zu deutsch, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ich sehe, wie fast das, was die andere Worte应じ zu beachten. Ich sehe mich für zwei Minuten. Ich sehe mich wirklich darauf, was ich jetzt in Sachen kort.